Wenn man als Tourist in Deutschland ist, gibt es eine Sache, die man unbedingt probieren muss und zwar die Pizza von Knossi und Trimax. Happy Slice. Happy Life. So, ich habe bestellt eine Happy Hollandaise für 14,90 Euro und eine Funny Fungi für 11,90 Euro. Ich glaube 15 Euro für eine Bestellpizza ist schon teuer in Deutschland. Ich sag mal so, in der Schweiz ist das ein Kaffee. Ich werde die Pizza testen, ich werde ehrlich sein, weil ich war ja beim Dreh vom Clip für Happy Slice dabei. Adi Toro! Der ist lebensmüde. Und ansonsten, keine Ahnung, springe ich einfach raus. Schmeckt auf jeden Fall, vor allem wenn man so tiefer rein in die Materie geht, nach Pizza. Hollandaise, Spargeln und irgendwas anderes noch. Es schmeckt halt nicht krass nach Pizza. In der Schweiz ist tatsächlich Pizza mit Sauce Hollandaise nicht so ein Ding. In Deutschland finden es die Leute irgendwie voll geil. Kann man machen. Ich weiß, die Meinungen auf YouTube waren verschieden. Holla hat gesagt, ja, nicht so meins. Max hat gesagt, ist relativ geil. Ich persönlich finde die Pizza ist gut. Wenn jetzt nicht der krasse Food-Experte oder so, würde ich auf jeden Fall wieder bestellen, wenn es diese Pizza in der Schweiz geben würde. Grüße gehen raus an Trimax und Knossi.